Hi zusammen, hier sind für euch wieder der Luzi, der Alea und ich, der Falk von Daltatio Mortis und wir sprechen heute Abend über die zweite Staffel, die sechste Folge von The Mandalorian. Und was ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben uns jetzt so eine Art Nerd-Talk angewöhnt, wir haben das jetzt schon zum 108. Mal gemacht, wir sprechen über Star Wars und über allen möglichen anderen Quatsch, der uns dabei noch so in die Sinne kommt und ja, wow, wir haben schon hier jetzt auf meinem Zettel 100.000 Leute, die uns gerade hinzugucken, ich hoffe ihr bleibt dabei, ihr bleibt uns gewogen und man muss sagen, es wird Spoiler geben, es wird mega Spoiler geben, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und für alle, die es schon gesehen haben, gibt es megamäßig Hintergrundinformationen. Wir haben hier Luzi, das ist der Mensch, der die meisten Star Wars Figuren beim Namen nennen kann und wir haben Alea, den Bescheidenen, das ist derjenige, der Clone Wars und Rebels quasi auswendig kennt. Das war doch ein schöner Teaser, oder? Sehr schön, das ist ein wunderbar. Falk im Fried von Hasen-Mümmelstein, der einen Comic-Shop mal besessen hatte und wegen Verbreitung, Jugendbefährten... Nein, 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 aber ich war schon auf der Welt, als Star Wars 1 ins Kino kam. Boah. Respekt. Auch, krass. Ja, wobei, ich muss ja gestehen, dass hier die Nerd-Krone, was Namen und Charaktere angeht, ja ganz krass jetzt der Jörg sich in der letzten Folge geholt hat, bei unserem letzten Talk. Ja, das war ganz schön abgefahren. Viel krasser am Start mittlerweile, als ich es jemals war, nur weil ich Salacious B. Crump mit Namen kann. Den finde ich schon ziemlich geil. Ja, haben wir irgendwie, ich kann leider gerade mal den Chat nicht sehen, was ganz schön kacke ist. Wie kriege ich denn, ich will den Chat sehen. Dann fängt der Falk den Chat zu. Falk mal in den Chat, wer ist Salacious B. Crump? Oh ja, genau. Ja, genau, das ist eine super Frage, da ist der Chat. Jetzt bin ich gespannt. So, da ist der Chat. Alles klar, ich habe dich. Jippie. Ach, weiterarbeiten, scheiße, weiterarbeiten. Ja, man kann doch nebenbei arbeiten. Ach so, es ist übrigens das erste Mal, dass wir so spät online gehen. Das letzte Mal waren wir früher. Wir experimentieren uns jetzt mal so durch die Zeiten, wann es denn am besten ist. Vor allem auch durch unsere Terminkalender. Ja, das hättest du dir jetzt nicht verraten müssen, um Gottes Willen. So, also, wir sind bei The Mandalorian, zweite Staffel, sechste Folge und diese Folge heißt, ach du Scheiße, The Tragedy, die Tragödie. Magisch, das war. Ja. Aber auch geil. Also ich fand, jetzt mal ohne alles vorneweg zu nehmen, ich fand, das war eine der geilsten Folgen überhaupt. Fand ich auch. Aber sie war auch eine der kürzesten Folgen überhaupt. Ist euch das aufgefallen? Ja, 33 Minuten. Ganz genau. Ich war mega erstaunt. Ich habe zuerst gedacht, oh Scheiße, das gibt so eine Lückenfüller-Folge, wo sie nicht wussten, was sie machen sollen. 33 Minuten, das kann ja nichts werden. Ja, ich dachte auch irgendwie, so, nachdem die letzte Folge schon so eine Art Highlight war mit Asuka, kommt jetzt bestimmt erstmal wieder so ein, genau was du sagst, ein Lückenfüller, bevor es dann mit den letzten beiden Folgen nochmal losgeht. Aber, what the fuck, was war das eine geile Folge? Ich hatte so viele, so viele Kreisch-Momente, wo ich dachte, ja, Mann! Ja, 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 ganz genau, die hatte ich auch. Ich hatte auch so viele, oh Gott, oh Gott, Momente, also so Millennium-Falken-Zerstört-Momente, ja, aber da kommen wir später hin. Gleich, ja, auf jeden Fall derselbe Ballpark, das stimmt. Ich fand wirklich schön, wie emotional diese Folge war, auch trotz allem. Stimmt, in alle Richtungen. Was es so alles gezeigt hat, also zwischen den Zeilen auch irgendwie, wie stark, also wie sehr unser in Metall gekleideter Protagonist diesen kleinen Grünen mit den breiten Ohren mag, ist schon echt geil. Wie er sich ganz am Anfang direkt gefreut hat, dass er jetzt auf den Namen hört. Mehrfach ausprobieren musste. Also, wir befinden uns im Anflug auf, na, Typhoon, Titan, Titan? Ich glaube, Typhoon, oder? Mit V-H. Ich bin abgelenkt, weil da ich mich nicht kasseläge im Hintergrund. Der, ähm, Klingbeet, mein Lieber. Der Luzi spricht es jetzt mal richtig aus. Ich vermute auch nur, dass es Typhoon heißt. Ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall, wir befinden uns im Anflug und im Cockpit der Razorcrest. Und da passiert genau das. Der Mando, ähm, Din, ähm, benutzt den Namen so oft und muss jedes Mal irgendwie, hört man ja quasi, in sich hineinkichern. Übrigens, man hört ihn zum ersten Mal lachen, in dieser Folge. Mando hat noch nie gelacht, aber in der Folge lacht er. Ja. Findet ihn ziemlich geil. Und es geht darum, er übt quasi mit, ähm, Grogu, an den Namen muss ich mich erst noch gewöhnen, mit Grogu übt er Kugelschubsen. Oder? Ja, ach so, und nochmal Hallo an alle, die, ähm, die Folge heißt, ach du Scheiße, finde ich ziemlich gut. Also, ähm, ein Hallo an alle, die jetzt erst reingekommen sind und, äh, die wir bisher noch nicht begrüßt haben. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über alle, die unseren Kanal abonnieren. Habe ich das schon erwähnt heute Abend? Nee, ich glaube nicht. Das müssen wir nämlich machen. Denn, äh, Abos, Likes und Bimmeln, das kostet euch keinen Cent und uns hilft es massiv weiter, wenn ihr da drauf drückt. Wir freuen uns wirklich drüber. So. Also, und jetzt wieder zurück zur Folge. Ähm, wer war denn wohl der Regisseur? Ihr wisst, ich habe da einen Spaß dran. Ja. Vielleicht hat es jemand, weiß jetzt jemand im Chat, wer der Regisseur war? Verdammt, ich habe extra auch dann am Schluss drauf drauf geguckt gehabt, im Abspann. Weil es kam ja direkt als erstes und dachte so, ha, diesmal weiß ich es. Und jetzt habe ich so. Ich dachte gerade, du müsstest es das auch wissen, weil ich habe den Namen vergessen, aber ich weiß, wo er noch mitgewirkt hat. Und da dachte ich, das ist genau dein Ding. Ja, ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, den Namen weiß ich nicht, aber es ist von Avatar hier, äh, Binspender. Ja, also, es ist Robert Rodriguez. Was? Nein. Doch. Der? Ja, der Robert Rodriguez. Und da sind wir bei dem, bei dem Regisseur von El Mariachi, von Desperado. Nein, nein, der war das doch nicht. Doch, echt? Ja, natürlich. Ach, wie krass. Deswegen war die, deswegen diese, das musste er machen, wegen diesen ganzen Kampfsequenzen und so weiter. Deswegen war dann der auftauchende Bounty Hunter so mega geil. Sorry, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil Luzi hatte gerade den absoluten Louis-Defene-Moment. Oh, geil. Oh, fuck. Nee, ich habe, stimmt, ich habe das sogar auch mit dem Producer verwechselt. Und ich glaube, der Producer von der ganzen Serie ist der Avatar. Den John Farrow, genau. Der hat das Buch geschrieben dafür. Und das ist nämlich geil. Der, ähm, der hat die, das ist ja der Serienproduzent und hat für so eine wichtige Folge selber auch das Buch übernommen. Und der Robert Rodriguez war Regisseur. Und tatsächlich, äh, der letzte Film von ihm, vielleicht kennt den einer von euch, Battle Angel Alita. Och, groß. Die kennt wahrscheinlich halt hier, ähm, noch, äh, hier vom Dusty Dawn. Und, also wer ihn noch nicht kennt, muss El Mariachi angucken. Wahnsinnsfilm. Wahnsinnsfilm. Auch von dem, oder? Pardon? Finn City war doch, glaube ich, auch von dem, oder? Finn City ist auch von ihm, auf jeden Fall, ja. Ähm, Frank Miller Story. Hammer. Hammer. Ja, ähm, also, äh, äh, Regisseur haben wir gehabt. Also, wenn man, man erkennt die Handschrift, definitiv. Also, wenn ihr jetzt mal auf den, ähm, was? Hier, Salome XYZ. Nein, ihr müsst nicht abonnieren. Ich will ja nicht, dass ihr Abos macht. Ich will ja nur, dass ihr Herzchen und Bimmeln drückt. Oder? Bei Abos, wenn man sieben Abos verschenkt, das ist, vielen, vielen Dank dafür. Das war eine coole Sache. Ja. Und natürlich bringen uns die Abos auch was. Und wenn ihr das machen wollt, dann ist das egal. Jetzt gratulieren wir mal alle schön zum Geburtstag. Zuschauer 95, hallo, du hast Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Weil wir wollen ja interagieren hier. Ja, ich scrolle auch die ganze Zeit rum, ob irgendeiner wusste, wer Celestia B. Crump ist. Nein, es kam nur die Antwort, eine Star Wars Figur? Ah, es ist auch... Nein, echt jetzt? Das ist, da muss, nee, da muss hier die Community noch ein bisschen nachsitzen. Das ist ein Nerdgrundwissen. Ich glaube, Luzi, du musst einfach das Geräusch machen. Sie wissen das. Nein, 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 nein. Vielleicht, wenn ich das Bier aufhabe. Ich habe auch... Ja, ja, ja. Der Tom-Ton kann dann das Bier lernen. Das ist sehr witzig. Es gibt ein mega schönes Geräusch dazu. Wir waren im Anflug. Wir sind im Anflug und wir sehen dann Tython oder Titan zum ersten Mal. Und ich hatte da tatsächlich kurzzeitig gedacht, so... Ich war an... Scheiße, wie hieß das letzte Star Wars Spiel? mit denen, wo man diese Jedi-Tempel aufsucht... Ah, ähm, ähm, ähm... Da war es Forgotten Order. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, so in die Richtung wird das vielleicht gehen. Wie ist es Forgotten Order? Nee, Forgotten Order. Forgotten Order. Forgotten Order. Und dass es so in die Richtung von den Tempeln da geht. Und ich dachte so, boah... Und dann war das halt so eher so ein bisschen Helmsklamm mit... Nee, nicht Helmsklamm. Wie heißt die Wetterspitze? Nee, auch nicht Wetterspitze. Stonehenge. Oder nicht? Was? Stonehenge. Stonehenge. Okay, Stonehenge. Aber wie heißt denn das bei Herr der Ringe, wo Sie dieses Nachtlager machen, wo die Nutschools Nacht angreifen? Ah, äh, die... Mensch, irgendwas auf die Wetterspitze oder nicht? Das ist die Wetterspitze. Angriff auf die Wetterspitze. Ja, genau, ist die Wetterspitze. Und da, ich war so sehr an Wetterspitze erinnert, so von der Optik her, mit der auch der Kamerafahrt drumherum. Ja, ja, ja. Also da habe ich gedacht so, hm, vielleicht wird es ja nichts. Aber dann... Ach so, dann landen Sie da und Sie können nicht auf dem Plateau oben landen. Er muss also noch einen kleinen Fußweg marschieren. Und, ähm, der Mando hat ja von Asuka Tano, Asuka Tano, äh, gesagt bekommen, da musst du zu dem, wie heißt das, äh, äh, sprechenden Stein, singenden Stein? Singenden Stein, glaube ich. Ja, seeing stone. Seeing stone. Sehenden Stein. Und, ähm, da muss er den, ähm, Baby Yoda absetzen und dann passiert irgendwas und er ruft. Und dann wird er den Rest schon machen. Dann wird er, genau, dann wird er den Rest schon machen. So, so war das irgendwie ja kommuniziert. Hm, naja. Auf jeden Fall, er setzt ihn ab und bumms, kommt ein Forcefield um ihn herum. Ah, das dauert noch ein bisschen. Was? Das dauert noch ein bisschen, weil erst passiert ja gar nichts. Ja, stimmt. Ey, was, die hat gesagt, ich soll dich nur hinsetzen und du machst das von alleine. Und dann sucht er doch erst mal seinen Anschalter mit seiner Sicht. Ach so, ja, mit seiner, ja, genau. Da hab ich gedacht, da kommt jetzt irgendwas Ultraspektakuläres. Wo ich gedacht so, boah, irgendein Geheimding, das er noch aktivieren muss. Aber da kann mir gar nichts. Nee, weil es ja mit der Macht aktiviert wird. Aber ich finde, durch den schnellen Anflug jetzt haben wir vollkommen außer Acht gelassen. Also wie süß war denn bitte der Anflug? Mal wieder mit den wedelnden Ohren. Okay, okay. Ja, natürlich ist es irgendwie... Mit dem Jetpack. Genau, deswegen ist er ja... Er kann nicht da oben landen, deswegen haben sie ja irgendwie... Er Jetpack. Ja. Jetpack irgendwie. Also natürlich ist es auch nichts mehr Neues irgendwie, dass es süße Baby-Yoda-Szenen in jeder Folge gibt. Aber ich freue mich jedes Mal darüber. Eine Flatter-Ohr-Szene mit Baby-Yoda. Ich glaube, die muss immer sein. Zu dem Jetpack kommen wir nachher noch. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Nicht, dass wir es vergessen. Okay, also er setzt Baby-Yoda auf den Stein. Es dauert ein bisschen und irgendwann aktiviert Baby-Yoda diesen Stein. Er fängt an zu meditieren, denke ich. Und dann macht der Stein den Rest. Ich habe mir in dem Moment gedacht, jetzt sieht er aus wie Yoda. Also es gab so, wie wenn sie die Puppe geändert hätten oder die Figur geändert haben. Und auf einmal war das ein ganz anderes Gesicht. Viel älter, viel Yoda-esker und nicht mehr so Baby-mäßig, oder? Hatte halt so eine weise Entspannung irgendwie. Genau, ganz genau. Ist euch auch aufgefallen. Fand ich gut. Fand ich ziemlich geil. Und dann entsteht dieser Machtkegel um ihn herum. Und er ist nicht mehr zu berühren. Was ich da noch geil fand, das war ja auch quasi das erste Mal im Live-Action, dass sie so die Macht gezeigt haben. Weil sonst in Kinofilmen und alles war es immer irgendwas gemacht und immer war es unsichtbar. Und da war es zum ersten Mal, dass dann halt tatsächlich dann auch so ein Kegel da war und man das sehen konnte. Ja, das ist ja auch wie so ein, es war ja auch wie ein Strahl in den Himmel. Also ich denke, dass das halt auch so wie so ein, ich habe mir das vorgestellt, wie so ein Sender halt wirklich. Was die Soka ja auch gemeint hat, dass auf Weihnachten... Nee, ihr Telefon. Genau. Nach Hause telefoniert. Nach Hause telefoniert. Okay. Und... Er telefoniert also irgendwo hin in den Äther. Das kraftfeld entsteht um ihn herum und dann kommt ikonografische Szene Number One in dieser Folge, oder? Ja, das war auch mein erster What-the-Fuck-Moment in der Folge. So, wie geil war das bitte? Es taucht auf Slave One. Alter. Ich habe gedacht so, scheiße. Ich glaube, das ist das hässlichste Raumschiff, das jemals entworfen worden ist. Das ist das fliegende Bügeleisen. Danke, danke Alea. Das irgendwie, das kippen muss, dass es gerade fliegt. Also, wenn es so steht... Das finde ich schon wieder cool. Das war tatsächlich eins, als ich die Original-Trilogie das erste Mal gesehen habe, war das eins meiner Lieblinge tatsächlich. Echt jetzt? Ja, ich fand das ultra geil. Also, ich weiß nicht warum, wenn ich heute darüber nachdenke, sieht es ein bisschen aus wie ein alter VW-Käfer, weil es so viele Rundungen hat und so. Ja, ja, ja. Ultra gut, ey. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich so Gänsehaut bekommen habe, als das Schiff aufgetaucht wurde. Was an der Slave hat ganz cool ist, dass sie ja mehr Platz im Cockpit hat, als man denkt. Also, ich habe früher das Ding immer nur gesehen und dachte, der steht so da drin. Ach so, ja. Das war so aus der Zeit von dem Spielzeug damals, weil da konntest du... Wo nur einer reingepasst hat. ...reinstellen. Ja, genau. Weil irgendeine Verwandtschaft von mir, der hatte das Ding und den konntest du dann einfach wirklich nur so aufklappen, reinstellen, zuklappen. Aber die ist groß. Die ist groß. Ja, ich war mega erstaunt und dann kommt die Slave 1 und du denkst so... Ja? Ich muss hier gerade mal im Chat lesen, das ist die Slave 2. Nein. Das... Nee, das... Sailor Tashi, klär uns auf. Ja, bitte. Aber echt, das ist jetzt interessant. Weil das... Also, ich könnte schwören, dass es Slave 1 ist, weil das ist das Schiff von Boba Fett, mit dem er auch auf Tatooine war, bevor er quasi gefressen wurde. Wie hieß denn nochmal das Schiff von Jango? Äh... Hatte der irgendwie so ein ikonisches Schiff? Ich weiß es gar nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, weiß ich auch gerade nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir es hier zumindest mit einem quasi identischen Schiff zur Slave 1 zu tun haben. Und ich glaube, ich habe nirgendwo gesehen, dass die Slave 1 irgendwo zerstört ist. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Und ich glaube, Jango Fett hat auf den Klon verletzt, einen Menschen wie dieser. Oh, ich weiß nicht, wenn ich das gefunden habe. Nein, was ist denn das? Jango hat die 1, Boba die 2, das ist doch Quatsch. Nee. Sorry, wenn ich sage Quatsch, das ist natürlich nicht fair. Aber die Slave 1 tauchte auf in Episode 5. Da war die Slave 1. Und da wird es auch mit Slave 1 angekündigt. Also irgendwie... Ja, genau. Ich habe hier gerade mal auf Wikipedia... Sehr gut. Yay. Also, ne? Schon? Wikipedia, nicht Wikipedia, ist klar. Da wird mir die Slave 2 angezeigt. Okay. Und das ist auf jeden Fall nicht. Aber es gibt anscheinend im Star Wars Universum ein Schiff, das heißt Slave 2, was auch von Boba Fett geflogen wurde. Aber das ist halt ein anderes. Von der Form her anders? Ja. Okay, gut. Weil jetzt die Slave 1... Dann waren wir ja richtig, die Slave 1. Nachdem ich beim letzten Mal und eigentlich bei jedem Nerd-Talk, den wir so hatten, ganz oft eines Besseren belehrt wurde von dem, was ich immer gedacht habe, bin ich da jetzt vorsichtig geworden. Ja, man muss vorsichtig sein und wir nehmen auch gerne Kritik an und wir lassen uns auch sehr, sehr gerne belehren. Wir sind nicht unbelehrbar, weil es ist saugeil, wenn man die ganze Zeit irgendwie dachte, ja, etwas ist so und so und auf einmal kriegt man mit, ah, es ist ganz anders, hat man wieder dazugelernt. Bum, super. Und die Slave 1 ist ja schon echt lange dabei. Also die war ja in Clone Wars schon zu sehen. Ach so? Ah, okay. Auch schon. Ich muss Clone Wars wissen. Alter Eimer. Ah, okay. Da hat ja, ah, in Clone Wars hat doch auch Boba schon als Kind mitgespielt, gell? Ah. Er hat sie nicht selbst geflogen, sondern die, wie heißt er, doch er hat sie selbst geflogen, aber er war nicht der Kopf der Mannschaft. Der Kopf der Mannschaft war damals, glaube ich, Arna Sin. Hast du da nicht auch so eine Szene, wo, ähm, wo klar wird, dass sie nicht Mandalorianer sind? Der? Äh, Jango und Boba. Also, dass klar ist, Jango hat die Rüstung verliehen bekommen für die Kriege, äh, um Mandalore. Da bin ich jetzt völlig, äh... Ich glaube, da bin ich nicht drin. Okay. Das, das weiß ich nicht genau. Aber ich meine, in der, in der Folge haben wir ja mitgekriegt, dass er kein Mandalorianisches Blut hat. Genau. Genau. Und ich glaube, das war neu. Das war neu? Ja. Aber, ähm, aber ziemlich geil fand ich dann, dass die Rüstung ist inkubiert. Ja, ziemlich geil. Das war cool. Die Kollegen von Harpie, die da auch gerade online und haben sich gerade als Trekkie geoutet. Wer? Die Kollegen von Harpie. Hey, Harpie. Übrigens, sehr geile Band, kann man nur empfehlen. Hört mal rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Harpie. Ich glaube, dass Star Trek-Fans sind. Das müssen wir jetzt machen, oder? Ja, und, ähm... Hallo, Red Shirt. Nein, wir, wir machen auch irgendwann mal einen Talk über Star Trek. Da bin ich, da brauchst du. Wenn es doch, du musst einfach anfangen mit, äh, Classic und dann eine Folge nach der anderen pro Tag und in zehn Jahren bis... Ja, ich glaube, wir fangen erst mal an mit Discovery dann, ähm, aber da... Oh, ich glaube, wir sind doch bei Star Wars live. Okay, alles so. Also, um... Wir sind an der Wetterspitze, äh, am Singen. Genau, am, äh, Jedi-Tempel. Und dann, äh, guckt Mando mit seinem, mit seinem Superblick raus und es steigen zwei Figuren raus. Also mit seinem Helm, das, was er vorher noch gesehen hat, am Stein und gesucht hat, vergrößert er die Slave One und sieht, dass zwei Leute aussteigen. Und das ist natürlich mega spannend, weil wir haben ja schon, also ich dachte das damals schon, und, äh, ich glaube, viele von euch hier im Chat auch, dass, ähm, wir auf Tatooine Boba Fett gesehen haben, der da nämlich stand in der Schlussszene. War ja der Schauspieler von Django, oder? Ganz genau. Das ist ja auch überhaupt nicht gerafft und ihr habt es mir dann irgendwie erklärt. Der Herr Morrison, Temuera Morrison, der, ähm, in einem wirklich, wirklich guten Film, Mann mitgespielt hat, der hieß Once Were Warriors. Da geht's um, äh, die, Maori und die, äh, das ist so eine, eine Kultur aus Neuseeland von indigenen, ähm, Einwohnern dieser Inseln. Und, äh, die haben quasi das gleiche Schicksal wie die Indianer in Amerika, ähm, erlitten. Und das ist so eine, so ein Sozialdrama um, ähm, um diese, um diese Maori-Kultur. Und das ist mega geil. Once Were Warriors, mein Filmtipp für heute Abend, nichts für zarte Nerven und zartbeseitete Leute, ähm, ist aber so eine Realgeschichte mega. Und das ist der Schauspieler, der jetzt dann Django, äh, nee, Boba Fett spielt. Also Django Fett und jetzt auch Boba Fett gespielt hat. Ich bin ja sonst immer vorsichtig bei deinen Filmtipps, aber das klingt echt interessant. Der ist, der ist, oh, der ist sehr, sehr gut und sehr super frustrierend. Auch, hat aber ein geiles Ende, ein positives Ende. Und man sieht einen Hacker. Wie hieß der? Geil. Once Were Warriors, äh, es, äh, ein, eins gab es Krieger. Aber ich glaube, den gibt's nur mit dem englischen Titel. So, ähm, dann sehen wir, dann sagt, okay, ähm, Mando kommt nicht durch das Energiefeld durch, er möchte, ähm, Baby Yoda, Grogu möchte er retten und, äh, schafft es dann nicht und, ähm, sagt, okay, er geht dem entgegen und will sie aufhalten und gibt ihm, möchte ihm Zeit verschaffen, bis er den, den Jedi kontaktiert hat, der ihn dann ausbilden wird. So, und natürlich, er verlässt den Berg und Bums, kurz danach, Bums, Energiefeld bricht zusammen, Baby Yoda ermattet. Achso, ja, aber wie lange, 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 vorher greift ja... Lange, lange, lange. Ja. Was? Das Energiefeld ist die ganze Zeit da. Also erstmal greift ja noch das Imperium an. Nein. Natürlich. Achso. Warum soll er denn sonst weggehen? Du hast ja recht, du hast recht, ihr habt recht, ich war jetzt einfach zu schnell. Der Mimikler ist eingeschlafen. Nein, überhaupt nicht. Ich hab die 300 Stormtrooper, eigentlich müsste man mal sich einen Spaß machen und einfach mal abzählen, wie viele Trooper in so einen kleinen Transporter reinpassen. Das ist wie bei diesen kleinen Autos, wo die Clowns rauskommen. Ja, oder hier so John Bu, Regisseur von Hackatack-Filmen, Hongkong Action Cinema, der sagt, die Knarre ist leer, wenn ich sage, dass die Knarre leer ist und nicht, wenn es logisch ist. Also ist in so einem kleinen Truppentransporter auch echt viel Stormtrooper drin. Unglaublich. Ich musste, also auf alle Fälle, er geht dann den Kopfgeldjägern entgegen. Soweit sind wir uns ja einig, wie die Folge weitergeht, oder? Nein. Geht den beiden entgegen. Und dann? Dann kommt ja auch erstmal hier die, war das eigentlich in Staffel 1? Seit Staffel 1 totgeglaubte Knife-Rinder? Ja, erste Staffel, ja, auf alle Fälle. Fennec. Ja, ja, ja. Mega. Also da habe ich mich wirklich, das fand ich super schade, dass sie so einen geilen Charakter einführen und den dann einfach im Wüstensand sterben lassen. Aber, hm? Fass klar? Wie ist die Namen, die mich nicht mehr an den Marken können? Fennec. F-E-N-N-E-C. Fennec Schandt, oder Schandt, ja. Und er trifft also auf Oberfett. Ohne Rüstung, aber in so einer, man sieht, er hat ein Tastengewehr und eine Gaffi-Lanze. Ja, genau, also das Tastengewehr nennt sich eine Cycler. Und das weiß ich aus Peppelfront 2. Weil mit dem Ding kannst du irgendwie auch Leute erschießen, die ein Energiefeld anmachen, weil es kein Laserkram ist, sondern einfach ein physisches Projekt. Ach, okay, sehr gut, sehr, sehr geil, sehr geil. Das ist, das ist Nerdwissen, mein Lieber. Okay, also... Das ist... Ja, er hat eine Gaffi-Lanze, genau. Er hat eine Gaffi-Lanze und wir sehen dann in der Folgezeit, wie man mit diesem Ding tatsächlich megamäßig umgehen kann. Also ich war ganz schön gerockt, was dann passiert. Auf alle Fälle. Das war der nächste Moment, wo ich richtig gefeiert habe, irgendwie Boba Fett tatsächlich endlich mal richtig in Action zu sehen. Ja. Also wie geht er denn bitte ab? Wie krass war das denn? Wir haben eine wichtige Sache noch übersprungen. Es gibt zuerst ein Gespräch zwischen Din und Boba, also über Mando und Boba, wo Boba Fett dann sagt, ja, hm, ich habe einen Scharfschützen hier, der angelegt hat, also gib mir die... Er will die Rüstung zurück. Er will die Rüstung seines Vaters zurückhaben. Und, ähm... Dann sagt der Mandalorianer, naja, also Mando sagt dann, hallo, dann schieß halt auf mich, in dem Moment bist du tot. Dann sagt er, nee, ich habe mich auf dich angelegt, sondern ich habe auf das Kind angelegt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich denke so, mhm, aua, au, gute Frage. Ich habe zwei gute Fragen und Frage eins ist, hätte das Projektil oder hätte Mando nicht sich denken können, dann schieß doch Scharfschütze, der ist in einem Forcefield. Das wusste er doch in dem Moment gar nicht. Das Forcefield ging an, als er weggegangen ist, oder? Nee. Er war weg, er war gerade weg. Und in dem Moment ging das Forcefield an. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat schon versucht, ihn rauszuholen, als er gesehen hat, dass sie Slave 1 waren. Stimmt, du hast recht, ja. Also er wusste, dass er im Forcefield ist. Aber er hat ja auch später probiert, ob er ihn noch irgendwie rausholen kann. Und ich glaube, er wollte nichts probieren, er wollte nichts riskieren. Ah, okay. Weil er ihn so gern hat. Ja, vielleicht erst mal das, aber vielleicht kann man ja durchschießen. Also nur weil er nicht reinrennen kann, heißt ja, vielleicht kann er... Vielleicht kann eine kleinere Masse das durchtrennen. Ein Blaster. Ja. Scharfschützen-Blaster. Naja, okay. Auf jeden Fall, obwohl... Obwohl, was ist der Blaster überhaupt? Den Stein unten drunter weg. Das war vielleicht auch eine Projektilwaffe, du hast recht. Weil, wenn man das so sieht, wie sie auf die Stormtrooper geschossen hat, da waren keine Blasterstreifen, oder? Ich glaube, das ist richtig. Okay, der Artprojektil ist super. Ein Laser. Alea, das ist megamäßig beobachtet, mit dieser... Dass der auch so ein... Wie heißt dieses Gewehr nochmal? Cycler. Okay. Cycler. Mega. Mega wissen. Okay. Das war aber wirklich... Das weiß ich wirklich nur aus Battlefront. Ja, das magst du nichts, aber du weißt. Weil du einfach mit diesem Ding die mächtigsten Gegner erleben konntest. Also, die verdammt langsam im Schießen und hat einfach eine sehr große Reichweite und reißt echt nicht ab. Okay, und dann kann man sagen, okay, es gibt ein Stand-off, also so eine Art Paz-Situation. Und Boba Fett erklärt, Mando, hör mal zu, ich möchte die Rüstung von meinem Vater wieder haben, ich habe ein Anrecht darauf. Und dann kommen sie zu so einer Art Deal, der aber leider nicht, also der wird nicht bestätigt vom Mandalorianer, sondern sie kommen zu so einer Art Deal, dass Boba sagt, ja, sie werden den, die beiden, also Boba und Fennek, werden die beiden beschützen. Werden dafür sorgen, dass dem Kleinen nichts passiert. Genau. Wenn er die zurückbekommt, dann wird dem Kleinen nichts passieren. Nichts passieren, genau so rum. Das ist wichtig. Weil in dem Moment landt nämlich Truppentransporter 1. Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, bevor wir jetzt in dieses Ding reinkommen, weil du gesagt hast, wie der Gaffi-Lanz und das Zeug. Wirklich geil fand ich, dass Boba den vollen Kampfstil der Tasken rüberkam. Okay. Und in Tatooine eigentlich ja auch in diesem Lappen rumlief, so ein bisschen. Ja, ja, klar. Und da haben wir halt gefragt, haben ihn die Tasken aus dem Darlacc geholt? Ach so. Er hat bei den Tasken gelebt, weil er hat definitiv gelernt, mit der Kaffi-Lanze zu kämpfen. Ja, 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 ja. Und er hat ein Tasken-Gewehr, er hat so Art-Tasken-Roben, nur in Schwarz. Von daher... Er hat so diese gesamten Krieger-Statuten der Tasken. Okay. Er hat aber keine Gesichtsmaske an. Das ist das, was der Krieger bekommt, wenn er seinen ersten Kill macht. Okay. Wenn er seine Mann-Werdung hat. Ja. Ich muss mich mehr mit den Tasken-Raiden beschäftigen. Definitiv. Aber Kaffi-Lanze rockt. Also das war für mich eine der mega unterschätzten Waffen in diesem ganzen Universum sozusagen, weil ganz schön heftig, was man da mit Stormtroopern und ihren Rüstungen machen kann. Und ich meine, du hast ja gerade gesagt, dann kamen die Stormtrooper. Ja. Zu diesem Kampfstil mit der Kaffi-Lanze. Ich meine, du als Kampfkunst-Affiner ist auch wirklich geil nutzbar, dieses Ding. Mega. Alles macht Sinn. Ja. Macht wirklich Sinn. Ja. In der Art, wie sie dort geführt wird. Ich fand auch, ich habe mir dieses Ding tatsächlich mal angeguckt, das hat mich so, da war auch die Waffe schön mit so Kupfereinlagen und im Holz. Also wirklich total toll gemacht. Mega. Ich war, ich bin richtig begeistert davon und dass das so, ja, also man merkt tatsächlich die Handschrift von dem Rodriguez, das ist auf Martial Arts geht es raus. Also so auf geile Szenen, geile Moves. Auf jeden Fall. Wir sind ja noch nicht bei einem wirklich geilen Moves, sondern zuerst, Bober rennt hoch auf die Bergspitze wieder. Nicht Bober. Der andere. Der andere Mandalorianer rennt hoch auf die Bergspitze und Bober und Fennec halten die Storm-Truppe auf. Und da denke ich mir so, wie viele passen denn da noch fucking nochmal rein, weil wie viele haben sie denn umgen, also angeschossen, sagen wir mal so. Erinnert ihr euch an den Bequemen von Star Wars 7? Ja, ja. Da sitzt Finn ja in einem solchen Truppentransporter und das sind mindestens 20. drin. Ach so. Da sitzen ja rechts und links an den Wänden sitzen die Tupper. Ja. Und es waren zwei Transporter. Also 40 mindestens. Ja, mindestens. Okay. Wenn man das viel bescheuerter mal wieder ist, ist irgendwie, dass die da, abgesehen von denen, die dann später abhauen, aber so knapp 30, fast 40 Leute umnieten und die nicht mal irgendwie ansatzweise getroffen werden. Das ist ein üblicher. Außerdem, es gibt aber eine schöne Szene, wo Mando und hier Pennec zusammen kämpfen und Mando sozusagen die ganzen Blasterschüsse auf sich zieht. Genau. Das stimmt. Die haben ja doch getroffen. Das stimmt. Aber da hat mich dann so ein bisschen aufgeregt, dass sie natürlich Gott sei Dank nur das Beskar treffen und nicht die drei Millionen anderen Stellen, wo er nur ein Onesie anhat. Das ist aber bei der Mando-Rüstung sowieso so ein Ding. Zwischen jeder Beskar-Platte ist so viel Platz. Bei der Mando sogar noch relativ gut, aber bei Boba Fett, also da ist ja nur so ein Mini-Brustschutz und da treffen sie immer drauf. Ja, genau. Immer. Du musst da draufziehen. Das ist einfach so. Beskar hat wahrscheinlich so die Macht, wenn du da draufdrückst, musst du da draufziehen. Ja, das ist aber tatsächlich, da habe ich mal eine Theorie gelesen, die sich genau damit beschäftigt, warum die Stormtrooper das nie treffen, weil die Macht so ein bisschen dafür sorgt, dass die Schüsse an denen vorbeigehen, weil die das lenkt. Das ist, weil sie immer mit Bandhaas trainieren. Und zwar dran vorbeischießen. Ich habe gerade hier ein lustiges Kommentar, was heißt ein lustiges, aber ein Kommentar, das geht nämlich ganz genauso. Misonus hat geschrieben, dass er letzte Doku gesehen hat, wo über die Filmtechnik von Mandalorian gesprochen wurde. Okay. Ganz viele Szenen halt gar nicht draußen gedreht haben und alles oder einfach nur vor Bluestrein, sondern im Studium in einer riesigen LED-Leinwand, wo die Landschaft drauf getrackt wird und dass die Kamerabewegungen von dem Kameramann mitmachen, was ich ultra interessant fand und seitdem auch nicht mehr normal die Serie gucken kann, weil ich immer denke, okay, was davon ist jetzt echt und was haben Sie da jetzt reingemacht? Es gibt eine Szene, wo man sagen kann, okay, das ist, glaube ich, in echt gedreht worden, nämlich als Boba Fett. Und zwar, wir sind hier bei Minute 1049, als Boba Fett seine Rede hält und erklärt, warum er Anspruch auf die Rüstung hat, da vermeint man, einen Hubschrauber über seiner Schulter zu sehen. Das muss ich anhören. Welche Minute war das? 1049. Ja, okay, okay, ich gucke da rein. Ja, ja. Das finde ich gut. Und da tatsächlich über seiner Schulter, man muss es anhalten und dann sieht man auch, okay, da könnte, das könnte, ich finde, es gibt Fotos davon und ich glaube, die sind kein Fake. Ich habe, glaube auch, es gesehen zu haben, 1049 Hubschrauber taucht auf. Das ist so ähnlich wie bei The Siege, wo der Typ in Jeans drin steht. Ich kenne die nicht. Das ist mega. Es gibt auch, es haben Leute eine Actionfigur gemacht. Das ist so großartig. Es gibt eine Szene, wo hier, wie heißt sie? Die, die Marschallin, Mara, wie heißt sie denn? Die, die den Badge kriegt. Ja, ja, ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung. Und da gibt es so eine Szene, da sieht man grünes T-Shirt, blaue Jeans, steht so ein bisschen im Off, in der Kulisse und da hat einer eine Actionfigur, also so entworfen und im Blister verpackt, wo du so diese, also du siehst nur dieses Teil und ich muss euch die Bilder schicken. Das ist so lustig. Das ist so lustig, der Jeans Guy. Aber mit diesen Spielen, so manchmal in Serien leben sie es gar nicht so hart, wie wir immer denken mit den Klamotten. Ja. Als ich angefangen hatte, ich wollte mir ja eigentlich aus Vikings einen Charakter machen, bei den Halfdan, und habe dann ewig gesucht, was sie für Hosen anhaben und habe dann endlich irgendwann Serienausschnitte, wo Halfdan neben Ragnar aus dem Wald rausgelaufen konnten, wenn man sie mal ganz sieht. Und dann zoomst du ran und es sind Jeans. Es sind stinknormale Jeans mit Taschen. Ja, das ist wikingisch. Das ist so, daher kommt... Aber so weit weg, das siehst du nicht, das hat dich einfach nicht interessiert. Naja. Aber Stormtrooper, was für Stormtrooper im Kopf aus dem Landungsfilm. Ja, wir müssen jetzt mal zählen, wie viel da rausrennen. Und für jeden Stormtrooper-Treffer müssen wir einen Shot trinken. Ich glaube, das wäre ganz schön geil. Auf alle Fälle, da kommt es dann zu... Ich glaube, da passiert so das, was man sich immer wünscht. Boba Fett rockt, Fennec rockt. Ach so, und jetzt noch ganz wichtig, weil ich habe es vorhin angesprochen. Bei der Verhandlung, noch bevor der Trooper landet, der Carrier landet, sagt er, okay, leg den Blaster weg und Mando muss sein Rückenmodul abschnallen. Sein Raketenton ist da. Deswegen es dann auch zu so ganz vielen Laufsequenzen kommt, wo er viel schneller hätte sein können. Und jetzt die große Frage, Freunde. Ja? Hat er seinen Rückenmodul mitgenommen oder liegt das noch da? Am Ende. Die große Frage, die ich hatte, war, als dieser komische Typ auf Tatooine mit seinem Jetpack abhauen wollte, hat er einen Knopf gedrückt und es kam zu ihm zurück. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Warum hat er das auch eine gute Frage? Also wir haben gute Frage drei. So, und jetzt gute Frage vier wäre auch noch, woher hat er eine weitere Rakete für Boba Fetts Rüstungsjetpack? Das habe ich mich auch gefragt, die auf einmal wieder nachgeladen war, weil der Typ hat das am Anfang schon, ja. Und die genau so just war wie die andere schon. Also, nee, sie haben nicht gezeigt, dass er es am Ende mitnimmt. Ich glaube aber nicht, dass er es hat liegen lassen. Ich glaube, er hat es einfach offscreen eingepackt. Ja, natürlich. Natürlich, oder dann zu sich berufen. Ja. Man hat nicht gedacht, dass er es kann. Tja, vielleicht muss er auch in der Nähe sein oder vielleicht, keine Ahnung. Also da, Star Wars Universum ist ab und zu ganz schön skurril. Aber es gibt noch eine gute Frage. Ob ich jetzt schon damit komme? Okay. Die gute Frage für mich war auch, wenn Boba Fett, er rettet Fennek, steigt in die Slaveborne, fliegt durch die halbe Galaxis oder den halben Autorin, um dem Mandalorianer hinterher zu fliegen, um seine Rüstung einzufordern. Warum macht er das nicht auf Tatooine? Schon längst. Tatooine sieht halt, dass er die Rüstung fliegt. Achso, du glaubst, er weiß nicht, dass seine Rüstung in dieser Siedlung verwendet wird. Doch, er weiß, dass sie dort verwendet wird. Und er sieht am Schluss, dass er sie übergeben bekommt. Aber, wahrscheinlich hat er ihn dann verpasst oder sowas. Der Marshal hatte die ja schon jahrelang. Genau. Und wenn man so sieht, wie krass der mit denen abgeht, mit den Dornen. Das ist kein Problem eigentlich, ne? Ja eben, er hätte halt einfach das Dorf platt machen können, wenn er es gewollt hätte. Oder einfach hingehen, so ey, peace Bruder, das ist meine. Genau, gib sie mir wieder zurück. Aber vielleicht hat er wirklich irgendwie mit den Tasten ein Deal oder sowas, dass sie den anderen Mando brauchen. Ah, der war doch im Sabbat, ja. Ja, er musste sich ja definitiv irgendwelche Gebräuche der Tasten unterwerfen, um... Achso, vielleicht gab es da nicht so einen Deal zwischen den Tasten und diesen Siedlern. Ja, den gab es dann später, also als sie dann gesagt haben, sie machen zusammen den Drachen. Ja. Ja, weil vorher nicht. Aber vorher nicht. Okay. Ich denke, ich bin wirklich mal gespannt, ob sie darauf irgendwann mal eingehen, ob er irgendwie ein hohes Tier vom Tasten geworden ist. Mhm. Und da halt deswegen erst weg konnte, als das alles bereinigt war oder sowas. Ja. Weil das könnte ich mir nämlich denken, weil, also wie du vorhin gesagt hast, diese Gaffilanze ist ja auch nicht irgendein Standardding aus Schrott zusammengebaut. Wie die meisten... Das ist ein edles Ding. Richtig schön. Also wirklich, du kennst schon so fast so Häuptlingsstatuten... Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Also... Hm. Okay, also. Wo sind wir? Es gibt diese Megakampfsequenz der Kopfgeldjäger gegen die Sturmtruppen. Und irgendwann sieht Boba Fett, scheiße, da ist ja dieses Raumschiff, die Razorcrest, und da ist eine Tür offen. Da gehe ich doch mal rein und guck mal, ob da nicht meine Rüstung drin rumliegt. Ja. Aber ich fand es nachvollziehbar und cool und auf einmal, er kommt raus in der Boba Fett Rüstung. Mega. Auch gut so. Mega. Und jetzt auch hier, hallo Chat, der wievielte Helm ist das, der da gerade verwendet wird? Äh, wie jetzt? Ist das der Originalhelm? Von Boba Fett. Also jetzt prop-mäßig oder in der Story? Nee, in der Story. Na, ich dachte, das wäre der erste. Kannst du dich an eine Szene erinnern, wo der Helm gesprengt wird? Nee. Als Falle? Als Falle? Äh. Nein. Also es gibt eine Szene, wo Boba, um seinen Vater Django zu rächen, den Helm als, ähm, benutzt als Sprengfalle, um, äh, sich zu rächen, in Anführungsstrichen. Und da wird meiner Meinung nach der erste Helm zerstört. Ich weiß gar nicht, welche Szene du meinst, aber war das nicht vielleicht die Rüstung seines Vaters? Ja, ja, klar. Aber das ist ja die Rüstung seines Vaters. Nein, 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 nein. Django Fetts Rüstung ist blau-weiß. Ja, klar, aber das ist die... Alea, natürlich ist das Django Fetts Rüstung. Die hat er nur umlackiert. Also er sagt doch, das ist die Rüstung, die mein Vater bekommen hat. Und ich habe die Rüstung von meinem Vater. Sagt er das? Django Fetts Rüstung. Was sagt er? Das sagt er? Der Helm von Django Fett ist gesprengt worden. Aha. Für mich, das, was ich mir aufschreiben muss, das muss ich... Er hat recht, also er hat am Ende gesagt, es ist die Rüstung meines Vaters. Ja, klar. Und er hat damit recht, dass der Helm von Django Fett gesprengt wird. Ja, also das ist ja die... Das heißt, er muss ja irgendwann mal in Grün lackiert haben. Warum auch immer. Und den Helm erneuern lassen. Ja, genau. Und einen neuen Helm. Aber ich meine, sagen wir mal so, wenn du dir die Legends anguckst, also wenn sie die jetzt irgendwie dann doch mit reinnehmen, weil in Partenweise drauf gab es jetzt schon, dann hat der Herr Boba Fett einen ganz schönen Weg hinter sich. Das glaube ich auch, ja. Also, und hat sehr viele krasse, wie könnte man sagen, also Veränderungen auch an der Rüstung gemacht, auch Mandalore. Ja, auf jeden Fall, mega Weg. Also, und vor allem, das ist so, für mich war Boba Fett immer ein Mandalorianer. Und das mandalorianische Symbol war an seiner Rüstung dran und so weiter und so fort. Also das Mandalore, der Schädel. Und auf einmal erfährst du, er ist ja auch ein Findelkind. Also, der Vater ist ja ein Findelkind. Ja. Ja. Der Vater ist ein Findelkind, genau. Ja, ja, er ist ja ein Klon. Wie ich vorletzte Nerdtalk-Runde erfahren habe. Alter. Das stimmt ja, das war ja das mit der Bezahlung als Klon. Das geht mit dem Klon, ja. Und dann gibt es ja so einen ganz schönen Satz, den haben wir ja noch völlig unterschlagen. Dieses, I'm a simple man, just making my way through the galaxy. Das ist so, lieber Chad, das ist mega, 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 mega. Weil, das sagt Jango Fett zu, auf dem Klonplaneten, als er, nicht, wie heißt er? Mace Wind, glaube ich, war es, oder? Ach so. Und er fragt, wer bist du denn und so weiter. Und er sagt genau den gleichen Satz, den Boba Fett dann zum Mandalorianer sagt. Ja. Und es gibt sogar noch, man kann sogar noch ein bisschen mehr reinlegen, aber da bist du dann bei Luke ein bisschen. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, bla bla bla, wie mein Vater vor mir. Genau, ganz genau. Ich weiß nicht, was er vorgewertet hat, aber genau. Das war so, ich habe das so gefeiert, den Satz. Just making my way through the galaxy. Großartig, großartig. Ach so, apropos, ich habe noch einen Funfact für euch, wenn ihr das wollt. Natürlich, hau raus. Und zwar zum Regisseur, zum, hier, Robert Rodriguez. Robert Rodriguez hat für Quentin Tarantino den Soundtrack für Kill Bill 2 rausgesucht. Also, er hat die Songs ausgewählt, die dann in Kill Bill 2, also Musik waren, und hat dafür sage und schreibe, ein Dollar abgerechnet. Kein Wunder, das war ja auch sowas dabei wie den Lonely Shepard. Ja, aber wie geil ist das denn? Er hatte einfach, der hat sich gesagt, boah, Kill Bill ist so großartig, und ich möchte hier die nächsten Songs raussuchen, und ich charge einen Dollar dafür, und das ist einfach, ist das nicht eine geile Geschichte? Das ist ja ein bisschen geil. Komm mal. Also, weil das hat, das hat dann sowas, so hier, trotz Hollywood und Millionenproduktionen und so weiter, es gibt aber so coole Typen, die geile Aktionen machen. Und ich glaube, da gehört der Regisseur einfach dazu. Bei Kill Bill war ja einer der ersten Tarantino-Dinger, oder? Nein. Where's the War, Docs? Ja. Ja, aber einer der ersten. Ja. Ja. Auch, dass er da noch gar nicht so dicke an Geld war. Da war er schon ziemlich fett. Also, da war Tarantino schon richtig groß. Okay. Da war, ähm. Achso. Hallo, From Dusk Till Dawn? War vor? Ja, genau. Na klar. Ja, das war Kultfilm Anfang der 90er. Ja. Jetzt mal gucken, ich wette irgendwie so 94, 95 oder so. War echt vor Kill Bill? Ja. Aber sowas von. Sowas von. Keine Ahnung. Esparado war vorher. Ja. Once upon a time in Hollywood. 1996, From Dusk Till Dawn. Ja. Die Kill Bill war später? Krass. Das war in 2000 und schon. Oh. Oh. Lass mich gucken. 2003. Auf jeden Fall. Okay. Fun Facts of. Ein Dollar. Für das Raussuchen der Songs für den Film. Ich auch. Das ist so, wie wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich nehme Falk, deinen Soundtrack of my life von hier. Den wir irgendwo hinterlegt haben. Ich würde auch nur einen Euro verlangen, dass er den genauso als Filmmusik nehmen kann. Lieber Quentin Tarantino, wenn du das jetzt hörst, nimm bitte den Soundtrack of my life für deinen nächsten Film. Ich freue mich sehr. Lieber Quentin, ich gebe dir einen Euro, wenn du es nicht machst. Ah, großartig. Nee, aber ich musste, ich denke, ich war ja tatsächlich gar nicht so überraschend. Nee, nicht so abgefahren, wie ich erwartet hatte. Also da waren ja doch Sachen bei, die ich sogar kannte. Ja. Also das habe ich schlimmer erwartet. Letzte seit HZ Plus Folge. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, solche Sachen sich anzugucken. Ich war ganz dabei, die ich auch nicht kannte. Und ich war auch weniger geschockt. Ich dachte, da kommen ganz andere Kuriositäten. Auch wenn er trotzdem am Ende alleine da saß. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. So, Freunde. Dankeschön für das Lob. Kommt davon, wenn man so Sachen macht. Lohnt sich. Danke. Pulp Fiction 1994, genau. Großartiger Film. Pulp Fiction ist einfach mega großartig. Und ja, und vom Dusty Dawn hier. Ich glaube, das war insgesamt geplant als ein Einteiler. Und alles, was dann an Spin-offs und zweite Teile, dritte Teile danach kam, ist einfach so. Ja, die kenne ich aber auch nicht an. Also die fand ich gar nicht so geil. Nee. Und ich fand die Serie auch ganz schön kacke. Und da habe ich auch nur die erste Folge geguckt und habe sofort festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Ich habe gar nicht erst weiter geguckt. Also ich habe mich null gecatcht. Das Problem damit, die Filme von Terenzino finde ich meistens sehr cool. Also gerade so Glockers und Glockers. Weißt du das? Aber es ist einfach zu blutig. Ich bin da raus. Ja, das ist ja, das ist so, für mich hat der Quentin Tarantino dieses Hongkong-Action-Cinema in die westliche Welt gebracht. Ja, irgendwie schon. Das war so, das war, ja, da gibt es so ein paar Klassiker, die man da gesehen haben sollte. Und da sieht man, da, die hat Terenzino geguckt und ja. Ja, das stimmt. Ich musste gerade nochmal nachgucken, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war, aber auch einer, den ich so krass gefeiert habe als Terenzino-Film, war Four Rooms. Oha, oha, aber das ist doch, das ist doch so ein, auch mit mehreren Regisseuren, oder? Ja, ja, da waren, wusste ich auch nicht, aber da waren vier Regisseure. Vier Regisseure, jeder hat einen, genau. Jeder für einen Raum, aber echt krasser Anspieltipp, weil, den fand ich so gut. Mega. Also da sind so viele legendäre Szenen da drin, die, also einfach so viele Zitate, richtig, richtig gut. Ja, 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 ja. Und dann natürlich, also wenn dir Four Rooms gefällt, dann hast du bestimmt Night on Earth mal gesehen. Nee. Mega. Auch so ein Episodenfilm. Und das lohnt sich. Da ist die letzte, das ist auch so mehrere, spielt alles in einer Nacht über die Welt. Und eine Folge spielt in Helsinki im Schnee. Mega, mega, mega lustig. Ich habe in den Chat geschrieben, wenn Tarantino Kaufmann und Maid verfilmen würde. Mein Blow. Hallo, hallo. Freunde, lieber Chat. Einer von uns dreien war der Regisseur von Kaufmann und Maid. Und jetzt möchte ich mal die Filmfreaks hier im Chat sehen, die wissen, wer hier der Regisseur von Kaufmann und Maid war. Ich werde da Regisseur gefahren. Hätt es Tarantino gewesen wäre, hättest du den Scooter nicht lange gefahren. Was? Aber du hast den Scooter gefahren und wirst dann von dem Herrn mit dem Schwert verfolgt. Ja. Wenn du kurz hinterher rennst mit dem Schwert, wäre bei Tarantino anders aus. Ja genau, ich wollte gerade sagen, also hätte Tarantino Regie geführt, dann wären auf jeden Fall viele der Sascha mit Aggressionsproblemen-Szenen toll gezeigt worden. Also ich fand aber, was ich mega geil fand, Luzi, war, wo du den Hitchcock gemacht hast. Also das fand ich, dass du selber in deinem eigenen Film aufgetaucht bist. Achso. Das war großes Kino. Weil Hitchcock hat das auch gemacht. Es gibt Szenen zum Beispiel in Die Vögel, wo er im Bus, also da gibt es eine Busfahrszene und da sitzt Hitchcock selber im Bus als Gast mit drin. Also in jedem Film ist er aufgetaucht. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du da auch aufgetaucht bist. In jedem Marvel-Film kommt auch immer wieder ein älterer Herr vor, obwohl er nicht mehr lebt. Ja, aber ich meine auch, also Camille ist ja auch einfach überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr. Also Peter Jackson kommt in allen Herr-der-Ringe-Filmen vor. Aber das Witzige war ja auch, weil diese Szene ist ja tatsächlich auch beim Dreh entstanden. Die war ja so gar nicht geplant. So alt wäre das witzig, dann einfach einen da umboxen und in die andere Richtung wieder rausfahren. Und dann haben wir überlegt, komm, das ist die perfekte Möglichkeit, um ein Camille zu machen. Ja, großartig. Wir sind live, sind wir wieder da? Yeah. Yeah. Also, Simon, großartig. Dankeschön, du hast das gut gemacht. Wir laufen wieder. Tut uns mega leid, dass das Film gerade abgebrochen worden ist. Aber wir sind ja wieder da. Ich hoffe, ihr habt noch mitbekommen. Luzi, alias Luzi Hitchcock, das L. Okay, und wir sind wieder zurück beim Mandalorian, zweite Staffel, Folge 6. Ungefähr zehn Minuten vor Schluss. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben das als Zeichen verstanden, dass wir zurück zum Einen... Genau, wir müssen zurück, sonst das Thema ist Mandalorian und nicht Kaufmann und Meint. Wobei das auch ein sehr lustiges Thema ist. So, es gibt dann endlich... Nein, wie sag ich es denn? Und dann gibt es eine Szene, die hat mich mega schockiert. Da habe ich gedacht, oh Scheiße, aus dem Himmel kommt ein Strahl und zerstört die Razor Crest. Ja, das fand ich richtig, richtig dramatisch. Der Strahl kommt ja erst nach, als der liebe Moffi in sich einschaltet von weiter oben. Ja, aber der ist ja schon, ich glaube, der ist ja schon die ganze Zeit dabei, weil die Truppentransporter, die kommen ja von seinem Schiff. Ja klar, aber die Stormtrooper verpissen sich, düsen ab und dann kommt der Strahl. Und obwohl ich die Crest jetzt so ästhetisch gar nicht so ansprechend fand, irgendwie fand ich sie doch so kultig und cool. Ich fand die Slave 1 geil, ich fand die Razor Crest viel geiler. Ein Gunship, hallo. Razor Crest hat für mich so was von diesem... Es gibt doch diese Hubschrauber, so... Bananendinger. Nee, so richtig, so mit einem... Wie ein Flugzeug, die Tragflächen hat, aber dann halt so diese klappbaren Rotoren. Ja, 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 ja. Und so war sie halt irgendwie. Ich fand die Dinger als Kind schon immer cool. Deswegen fand ich die Razor Crest auch ziemlich geil. Ja, sie hat mich an diese Clone War Truppentransporter erinnert, wo es diese Szene gibt, wo Yoda dann irgendwann mal so im halboffenen Fenster quasi seinen Walküren ritt auf den Angriff gegen die Klonen, gegen diese Händlerarmee, gegen die Roboterarmee schickt. Mega, mega. Das ist natürlich jetzt... Also ich musste gerade mal nach... Also aus irgendeinem Grund hatte ich immer... Warte, das Schiff von Spaceballs im... Was? Und jetzt habe ich gerade noch mal nachgeguckt, ob das... Ob mich da vielleicht mein... Das Spaceballs-Schiff hat doch irgendwie so ein Knubbelding. Nee, das, was er meint, ist das fliegende Wohnmobil. Genau. Von... Von... Von wie hieß er? Oh mein Gott. Lone Star. Oh Gott. Genau. Warte, warte, warte. Oh Gott. Aus irgendeinem Grund hat mich das immer daran erinnert. Immer. Ja, okay, okay. Nee, aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Aber das hat mich tatsächlich getroffen, als sie dann einfach so zerstört war. Ja, mich auch. Und vor allem, ich war noch irgendwie kurz drauf und dran, danach zu gucken, ob ich die Razor Crest irgendwo aus Lego noch herbekomme. Geh da hin? Alea? Entschuldigung, das wird im Schiff aber gar nicht so böse gemeint. Ja, und dass die Razor Crest jetzt kaputt ist, ist nicht so schlimm. Also, das Schiff ist am Arsch. Der Stream laggt? Oh Gott. Simon, der Stream laggt. Okay. Simon meint, wir sind flüssig. Alles läuft. Alea? Alea? Alles gut? Sollen wir jetzt was überbrücken irgendwie? Irgendeine peinliche Szene? Also, von lauter Schock habe ich mein Wasser runtergegriffen. Alter, daos. Ah! Ich dachte schon, ich hätte die Razor Crest so sehr beleidigt. Ja, das ist auch eine harte Nummer. Weil, wie gesagt, ich war gerade am Erzählen, ich war gerade noch am Suchen, ob ich die irgendwo aus Lego finde, bumm, ist sie weg. Jetzt baue ich die natürlich nicht mehr. Die gibt es aber aus Lego. Sieht ganz gut aus. Die gibt es aus Lego, aber du kriegst sie im Moment nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Sie ist ja auch zerstört. Hallo. Jetzt kriegst du einfach nur noch so einen Beutel. Ja, genau. Ohne Bauanleitung. Ohne Bauanleitung ist einfach nicht. Genau. Razor Crest wird zerstört. Das Lego Special Edition Edition Episode, wie viel ist es? Oh Gott. Weiß ich nicht. Razor Crest Season 1, Razor Crest Season 2. Oh Gott, ach Gott. Also, hatte man so quasi... Wir sind eigentlich echt blöd. Wir hätten jetzt irgendwie ein Twitch-Tutorial über den Bau der Razor Crest so Lego-mäßig also so einen Twitch machen sollen. So irgendwie dann einfach so einen Sack Graustein nehmen und auf die Kugel... Das ist eine Kugel. Ja, genau. Wie hast du ihn letztes Mal genannt? Den Steuerknubbel. Ah, den Knubbel. Den Steuerknubbel. Ach so, aber da sind wir ja noch nicht. Es gibt nämlich noch ein paar ganz schöne, so wunderbare Zitate, die passieren und geile Situationen, weil Morph Gideon schickt aus seinem komisch aussehenden Sternenzerstörer seine Death Trooper raus. Sind es Death Trooper oder Dark Trooper? Ich habe... Dark Death... Ist egal, aber die Iron Mans der Star Wars, des Star Wars Universums. Auf jeden Fall scheinen sie ja voll mechanisch zu sein. Ja, genau. Das sind volle... Das sehen aus wie Droiden. Ja? Ja. Und zwar... Warte mal. Ich habe irgendwo eine Idee gehabt, wo die aufgetaucht sind. Dark Trooper. Sie heißen Dark Trooper tatsächlich. Und sie tauchen zuerst auf im Dark Forces Videospiel. Vorher sind sie nicht aufgetaucht. Also, mega. Aber da waren sie, glaube ich, nicht komplett Androiden. Du konntest sie nicht komplett sehen. Du hast sie jetzt erstmal richtig in Action gesehen. Tatsächlich. Mega. Mega geil. Und auf alle Fälle, er schickt vier davon runter. Die landen bei dem Kind, bei Grogu. Und da ist inzwischen das Forcefield zusammengebrochen, das ihn geschützt hat. Oder sein Telefonat ist zu Ende. Und sie kidnappen das Kind. Und das ist... Ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Folge The Tragedy heißt. Ja, wegen der Crest. Ich glaube auch, dass es wegen der Crest ist. Das ist so schade. Es ist halt... Und dann dieser geile Schulterschluss Ober... Er zeigt ihm erstmal, dass diese Rüstung ihm rechtmäßig gehört. Genau. Also mit Blutsignatur. Also mit genetischer Signatur. Und dann dieses Ding, ja... Dann macht's mal gut. Und wo man dann sagt, nee, wir haben besprochen, den Kind passiert mit. Ja. Das finde ich mega. Mega. Und das müssen wir jetzt irgendwie wieder gerade bügeln. Ja. Und ich meine, dieses Team ist halt echt badass. Ich bin mir sicher, sie machen eine Sieben-Samurai-Story draußen. Weißt du, in der letzten... In unserem letzten Nerd-Talk haben wir noch drüber gequatscht. So, ja, aber der ist ja immer allein. Deshalb kommt Ahsoka nicht mit. Und deshalb... Der wird immer nur allein rumziehen und BAM! Ja, und jetzt hat er auf einmal zwei. Ja, und Boba. Ich meine, Boba und der... Ja, und dann geht's ja weiter zu der, wo ich schon wieder den Namen vergessen hab, obwohl du gerade noch ihn gesagt hast. Panek. Nee. Nee. Vor ungefähr einer halben Stunde, die... Cara Dune. Ja, genau. Die jetzt hier Marshall im... Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Also diese auch anhauen, ob sie mitmacht und seinen anderen Kollegen da suchen. Aha, aber es gibt noch zwei, drei Sachen, die mir mega aufgefallen sind. Es gibt ja die Szene, wo Boba Fett dann mit der Slave One hinter den Dark Troopern herfliegt. Ach so, ja. Und da hab ich mir auch gedacht, so, okay, und Mando, also Din, sagt, nee, er soll nicht schießen, weil er möchte nicht, dass dem Kind was passiert und die Dark Trooper dann in das Raumschiff von Moff Gideon gehen und quasi das Kind entführt ist und dann in den Warp springen. Und da gibt's einen Satz, wo er sagt, das Imperium ist zurück. Und das fand ich auch so. Da hab ich auch gedacht, okay. Er hat gesagt, dass das Imperium zurück ist, als er den Sternzerstörer gesehen hat. Das kein Sternzerstörer ist, sondern ein, fuck, wie heißt das Ding, Let's Play Squadrons gehabt, einen, ich sag das mit R, Raptor oder sowas, heißen die Dinger. Okay, weiß es der Chat vielleicht, hallo, Chat? Aber während der Chat darüber philosophiert, hätte ich noch eine Theorie. Ja, okay. Halt, ich hab, okay, nach deiner Theorie, deine Theorie zuerst, bitte. Die jagen jetzt Moff Gideon. Moff Gideon arbeitet für den... Wie heißt da der blaue Klaus? Thrawn. Thrawn, genau. Genau, und wer möchte Thrawn suchen? Ahsoka, ja. Das heißt, sie könnten jetzt so dieses wirkliche Teambuilding machen? Sie könnten Thrawn auftauchen lassen und natürlich, wer könnte dann der Jedi sein, der kontaktiert worden ist? Na dann, Bridger. Genau. Es war Bridger. Es war Bridger. Und dann hättest du... Oh, okay. Okay, und wenn sie dann noch irgendwie Sabine Wren irgendwie dazu holen... Dann ist das alte Team am Start, oder? Dann wäre das so ein richtig krasses Team. Also die, ähm... Boba Fett, die... Kann man sie nicht merken? Pennec? Pennec, genau. Dann Barat Dune, der Mando, Ezra Pritcher. Naja, und es taucht auch Mixed Lapel auf. Lapel? Ja, den hat sie ja suchen lassen. Der most underrated Sidekick-Character in Staffel 1. Der irgendwie, ähm... Der Scharfschütze. Ah, ja, 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 ja. Stimmt, ja. Genau, deswegen fliegt er ja nach Navarro. Und, ähm... Der muss irgendein Talent haben, ähm... Weswegen er, äh... Das Kind aufspüren kann, der ihm dabei helfen wird. Ja. Naja, und dann, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt noch zwei weitere, zumindest mit Jedi-Kräften in der Zeit. Das ist Luke Skywalker und Leia Organa. Ja, und da kommt es dann halt drauf an, äh... Wie weit sie Legends annehmen. Und wie viel sie irgendwie 7, 8 und 9 in die Tonne treten. Weil da gibt es ja auch irgendwie Theorien, dass sie irgendwie vergessen machen wollen. Was ich sehr befürworten würde. Naja, müssen sie ja aber erstmal nicht. Also, wir kommen uns doch noch gar nicht in die Quere, oder? Also, wenn sie, wenn sie dann wirklich gucken, wer irgendwie in dieser Zeit alles aktiv ist. Ja. Und sie die Legends anerkennen, mehr anerkennen würden als die ganze Zeit, dann hätten wir da noch so jemanden wie Mara Jade. Mara Jade, auf jeden Fall. Mein lieber Schieber. Ja, aber, ähm, ich meine, gerade als... Hat die nicht Luke Skywalker geheiratet? Natürlich. Ja. Ja, aber sowas könnte ich mir noch vorstellen. Also, die haben ja nur... Also, die haben ja nicht... Ja, doch, die haben ja schon alles gekillt. Aber sie bedient sich ja immer mal wieder ein paar Elemente aus den Legends. Und das kann ich ja bringen, weißt du, weil sie ist halt dann gestorben und deswegen ist er so verbittert. Also, das könnte man ja nutzen. Ja, genau. Ich weiß halt immer noch nicht, wie weit jetzt die Akademie von Luke eigentlich ist, oder ob er schon wieder ausbildet. Ja, das ist... Die Akademie ist noch nicht offen, glaube ich. Nee, okay. Aber, ähm, es kann ja aber auch immer noch sein, dass er jetzt Kontakt zu Jedi aufgenommen hat, die es aber schon gar nicht mehr gibt. Also, dass sich Forstgeister melden. Kann auch noch sein. Ja. Hatte nicht irgendeiner von euch die Idee, Mace Windu noch mal auftauchen zu lassen? Ja, fände ich ultra geil. Ich hab sogar jetzt... Nee, das wäre mega, mega krass, weil du weißt, wer Jango Fett getötet hat. Ja! Wow! Wow! Ja, ich hab jetzt irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass das eigentlich, dass das Obi-Wan war. Aber nein, das war... Nee, nee, nee. Mace Windu hat Jango Fett getötet. Und das wäre ein Team-Up. Oberfett muss mit Mace Windu zusammenarbeiten, um sein Versprechen einzuhalten. Das wäre mega. Aber das würde er nicht tun. Ich hab jetzt, ich hab jetzt vor ein paar Tagen auf Insta, wurden mir auch wieder so Insta-Seiten vorgeschlagen und so. Und da hab ich jetzt ein Fan-Mate Ahsoka-Tano-Serienposter gesehen. Irgendwie, wo natürlich einer direkt nach der letzten Folge da Thrawn reinretuschiert hat. Und auch einen vernarbten Mace Windu und irgendeinen Typen, den ich nicht zuordnen konnte. Aber die sind sofort alle so auch... Ja, 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 ja. Die Theorie hat superschnell die Runde gemacht und sind drauf eingegangen und haben jetzt schon die ersten Plakate da erstellt. Da hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und nutze ich damit, hattest du völlig recht das letzte Mal. Verdammte Axt. Also, wer Imperator überlebt, den scheiß Schluss in diesem Schacht. Ja. Dass Darth Maul kein Problem hat, in der Mitte durchgeschlagen zu werden, wissen auch alle. Und, ja, also, läge ich auf der Hand. Ja, die Star-Wars-Medizin ist großartig. Fennec hat auch überlebt und ist jetzt halb Android oder sowas. Ja, ich meine, wir haben wirklich ganz oft gesehen, auch gerade so in Episode 1 bis 3 und so, dass es überhaupt kein Problem ist. Ich meine, Anakin stürzt doch auch aus dem Fenster und wird dann auch von einem Gleiter noch aufgefangen, obwohl er schon einen Kilometer nach unten gefallen ist. In Revenge of the Sith, glaube ich, fällt doch Obi-Wan auch ultra tief und landet da wie ein junger Gott. Also, Luke auf Bespin fällt auch ewig tief und hängt dann an der Antenne. Ja, okay, auf jeden Fall, um das Ganze mal so... Mit dem anderen Antenne fällt mir direkt irgendwie die Verarsche aus Family Guy rein. Luke, wenn du es bist, winkt mit deiner rechten Hand, ich bin es, ihr Wichser. Da darf man nicht drüber lachen, man darf nicht lachen. Oh, doch, das sagt man. Ich kann eigentlich mal bitte endlich mal jemand die Gymnastik deiner Katze appreciaten hier. Sie gibt sich so mühe und mal so... Ja, genau. Ich liege nur hier rum und stiele die ganze Schau. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich immer da hingucken muss. Ich kann euch sagen, mit deiner Katzen habt ihr Spaß. Also, das ist so, ja, genau mit dir. Ja, wir sind fast am Ende der Folge. Ja, wir sind eigentlich quasi am Ende der Folge. Es gibt noch eine, die Baby Shackles, muss man erwähnen. Baby Shackles, also, sagen wir mal so, das waren eins zu eins die Spezialhandschellen, zwar in einer kleinen Form, die sie in Reptits und so, den Jedi angelegt haben, die in die Kräfte wären. Ja. Oh, das wusste ich. Der Baby Yoda ist ja dann an Bord von Moff Gideons Raumschiff und da sind, warum auch immer, zwei Stormtrooper mit ihm in dieser... Er hat was zum Spielen. Ich glaube, Stormtrooper in dieser Zeit zu sein, ist einfach scheiße. Du lernst nicht schießen, du kriegst krumme Blaster und du musst irgendwie Jobs machen, die sonst keiner will. Nämlich irgendwie hier Baby Yoda. Boah, eine Scheißrüstung, die sogar, wenn dir irgendjemand mit einem Metallgegenstand gegen den Kopf kloppt, aus den Fetzen fliegen. Ja, aber wie... Haben sie die Rüstung an, ja. Er hat so lachen irgendwie, als er die immer von links nach rechts geballert hat. Ja. Dann hat er auch wieder, das was ich vorher auch nicht wusste, der Forstchoke. Forstchoke, ja. Eine volle Sache der dunklen Seite. Verboten im Tempel und wird von der Lichtseite nicht benutzt. Da dachte ich auch so, der Letzte, der das gemacht hat, der irgendwie auf der guten Seite war, war Anakin. Ja, was aber auch krass ist, also wenn der doch bisher nur im Tempel ausgebildet wurde auf Coruscant und dann sich dazwischen an nichts mehr erinnern kann, also wo hat er das denn gelernt, außer Blut? Er war, er war ja, sie haben ja sein Blut schon mal, ja. Also, sie haben ja sein Blut schon mal gekriegt. Und das bedeutet, ja klar, sie haben ja die ersten Experimente, die Dr. Pershing gemacht hat. Das heißt, sie hatten ihn schon mal und sie hatten Samples von seinem Blut. Und das bedeutet, er kann sehr wohl in der Hand von Gideon gewesen sein oder irgendeinem anderen Sith-Lord. Glaube ich aber nicht mal. Ich glaube nämlich, dass Anakin auch den Forstchoke nicht gelernt hat, sondern dass es eine aus der Emotion geborene Sache ist. Ja, okay. Das ist einfach Angst und Wut. Ja, stimmt. Und ich glaube, also ich glaube nicht, dass Moff Gideon irgendwas mit Sith zu tun hat oder so. Also ich glaube, er hat offensichtlich oder offenbar keine Jedi-Kräfte. Ja. Aber er hat, und das hat man wieder gesehen, den Darksaber. Mega. Ja, klar. Aber ich meine, das sagt ja noch nicht, dass er Machtnutzer ist. Aber das kann ja auch sein. Nein, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass er Blutproben von Machtnutzern haben will, um sich die selber zu injizieren, um selber irgendwas zu tun. Ah, 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 ah. Oh, ja. Dass nicht die, er was weiß ich jetzt, bla 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 Snoke-Wesen erschaffen will, sondern, was weiß ich, so impfungsmäßig sowas reinballern will, um selber Machtnutzen zu können oder so. Das wäre das, er hat nämlich auch einen sehr Vader-mäßigen Grundanzug. Ja, 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 ja. Und ich glaube, er ist ein Vader-Fan. Ja, 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 ja. Ich glaube, er ist ein Vader-Fan. Von der Haltung her und so, dass er dem einfach nacheifert, so wie später Ben Solo. Ja, okay. Dass er überhaupt nicht irgendwie plant, Klone oder sowas zu erschaffen, sondern sich selbst von einem Sith zu machen. Ja. Ja. Ja, geile Idee. Also das finde ich eine ziemlich geile Idee. Und damit sind wir quasi auch am Ende angelangt, oder? Ich finde, das ist ein Schutt. Erwähnenswert ist auf jeden Fall noch, dass er natürlich die Best-Kalanze findet in den Schutt. Ach so, ja. Und da wird es auch echt einfach immer klarer, dass das so langsam der Endkampf wird. Er mit der Lanze, gegen Moff Gideon, mit dem Darksaber. Genau. Das finde ich, ich glaube, da spekulieren im Moment alle drauf, würde ich mal sagen. Also die Community ist da sich ziemlich sicher. Ja. Wir sind uns noch nicht, glaube ich, sicher, wer alles ihm begleiten wird jetzt. Ja. Also wir, er sucht zwar nach dem Mix Mayfell, aber ich weiß nicht, ob sie den so aufbauen werden, dass er tatsächlich, dass er vielleicht nicht nur in der nächsten Folge jetzt, wir haben noch zwei Folgen vor uns, dass er in der nächsten Folge quasi am Start ist und dann im Endkampf nicht dabei ist. Und ich glaube, wir alle sagen, sind der Meinung, dass Ron auftauchen wird. Wir hoffen alle, dass Ahsoka wieder auftauchen wird. Und es wird noch ein, vielleicht kommt so wie ein Rabbit aus dem Hut, ein zusätzlicher Jedi, der quasi gerufen worden ist, weil, das fand ich auch eine spannende Info, dass Baby Yoda wird müde durch das Einsetzen der Macht. Und so wie er umgefallen ist durch diesen Ruf, den er auf dem Stein gemacht hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass er irgendjemand erreicht hat und der wird ihn suchen kommen. Und Leute, also bei denen, die wir jetzt genannt haben, Ahsoka, Karadun, Mando, Oba, Tanek, Ezra und jetzt dieser andere noch, dieser Scharfschütze, was du ehemst, sind wir bei sieben. Ja, und ich glaube, es wird auch die glorreichen Sieben rauskommen. Sieben Samurai, glorreichen Sieben, Akira-Kurusawa, Freunde. Ja. Ich wette, ich wette jetzt hier, es sind sieben Leute, die dabei sind. Die Zahlen müssen sie hinkriegen. Oh Gott, das wäre cool. Ja, genau. Die Kugel hat er natürlich auch gefunden. Ja. Ich gebe zu, es wird von Episode zu Episode geiler und tatsächlich diese 14. Episode, also ja, Episode 14 war jetzt das Geilste, was bisher da war. Ahsoka war schon mega cool, aber Boba Fett auftauchen zu lassen, alter. Und dann noch so gut, also so echt überzeugend und nicht peinlich und jetzt sitzt er an Bord der Slave I und fliegt quasi, ist er an Bord der Slave I nach Navarro geflogen, ganz genau. Puh. Wobei, Kara hat natürlich gesagt, sie will nicht mitkommen, sie darf gar nicht mit. Ja, ja. Ja, stimmt, vielleicht doch noch. Keine Ahnung. Also, sie hat ja schon so reagiert, als er gesagt hat, sie haben das Kind. So, so. Ja, aber sie hat gesagt, sie hat das Badge und deswegen muss ich an die Regeln halten. Entschuldigung, Jungs, ich habe gerade was geschickt bekommen, wurde ich im Chat drauf hingewiesen. Okay. Das gibt es schon. Razer Quest 1. Nein, wirklich? Razer Quest Season 2. Weißt du, da denkst du einfach, du hast eine geile neue Idee und dann ist es wie immer, irgendwer ist halt... Ja, alte Fasnacht. Ach, das ist so der, die das in mir hat, ey. Großartig. Die Rieger Quest ist am Arsch, ey. Das ist einfach so. Ah, richtig gut. Ja. Hat, wie immer, super Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Großartig. Ich muss auf jeden Fall hier Minute 10, 49 nochmal nachkontrollieren. Ja, mach das, Hubschrauber, der Hubschrauber-Alarm sozusagen. Es war für mich irgendwie, wie gesagt, 33 Minuten, aber die haben es so in sich gehabt und eine Folge mit 43 Minuten, die dann einfach abstinkt dagegen. Das ist so, wo man sich sagen muss, wow, toll gemacht. Keine Sparfolge, wie ich zuerst gedacht habe. Also, wie gesagt, ich hätte auch gern mehr von dem Planeten gesehen, mehr so Jedi-Architektur, ja. Aber das war alles... Ach so, und dann, es gibt noch eine Dune, ein Dune-Zitat. Warte, 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 ich muss das kurz auflösen, weil das, das hat mich echt tatsächlich ein bisschen beruhigt, weil der Chat sagt gerade, es hat sie nicht losgelassen und sie hat das dann gerade gebaut. Mal kurz, also das Bild, was Jörg gerade gezeigt hat, hat sich in Photoshop gebaut, nachdem wir davon geredet haben. Alter, Respekt hier. Das müssen wir posten. Das wird viral gehen, ja. Auf jeden Fall. Ja, danke schön. Das zeigt das Bild. Auch die, die unseren E-War gebaut hat. Ja, Props an Sabrina, großartig. Das war nichts Gutes. Mega geil. Also, dieses Ding, dieses Bild verbreiten wir jetzt. Alles klar? Ja, genau. Auf jeden Fall, hey. Super. Gut war das. Ach so, jetzt noch das letzte Zitat, das ist noch hier, wo ich gedacht habe, so hey, es ist wieder mal ein Dune-Frank-Herbert-Zitat, als Boba Fett in der Slave 1 den Dark Troopern hinterherfliegt. Und er dann sagt, ich habe kein Gewürz genommen. Spice. Ja. Aber das Spice gibt es ja in Star Wars auch. Ja, aber das ist halt, das ist die, das Gewürz oder Spice ist halt dieses, das ist Dune, das ist Frank Habert, das ist so. Ja, aber das ist auch schon immer Star Wars. Also, vielleicht haben sie es ja ganz am Anfang von Star Wars schon bei Dune geklaut. Ja, klar. Ich meine, mit was hat der Herr Solo sein Geld verdient? Was hat er da geschmuggelt? Spice. Hat er Spice geschmuggelt? Und er hat sogar eine Ladung Spice verloren, deswegen ist nämlich der Jabber nicht so gut, um ihn zu sprechen. Ja, danke Nighthander, wir verstehen uns sehr gut. Lass mich, ja, eine kleine Nummer noch, was ich mich doch, was ich wieder frage, was ich nicht mehr so auf dem Schirm habe. Der hatte ja ganz, ganz am Anfang, bei der allerersten Folge, glaube ich war es sogar schon, wurden ja Leute gezeigt, die in seinem Laderaum in Karbonit waren, eingefroren waren. Bei Mando? Ja. Ja, ja, er hat ja auch Geld dafür eingesammelt. Hat er die abgegeben? Ich glaube, er hat, ja, die hat er abgegeben. Okay. Also, du meinst, er ist die ganze Zeit damit rumgeflogen? Ja, kann ja sein. Ich meine, wenn er irgendwie busy ist mit anderen Kram, kann halt noch sein, dass er die da drin hat und die jetzt einfach mit abgeballert wurden. Mit der Razor Crest zerstört und zerstaubt. Ich glaube, wenn du in Karbonit, du würdest das überleben, wenn du in Karbonit eingefroren bist. Meinst du? Spannende Frage. Überlebst du an dem Blasterschuss von so einem Sternzerstörer? Nee, ich glaube, dass das so ein bisschen aussieht wie bei so dieses Schockgefrostete mit dem Trockenheis. Ah, Trockenheismäßig. Oh, das gab es doch auch mal in irgendeinem Film, wo sie so einen dann explodieren haben lassen. Ja, das gab es zum Beispiel. Da habe ich dann, glaube ich, war es, oder? Wo ich es auch nie vergessen werde, ist bei Akte X. Da hat dann jemanden mit dem Kopf da rein und dann fallen gelassen. Und am nächsten Tag sah man dann die Kreidezeichnung auf dem Boden, die abholt, ein bisschen Clustermäßig wurde. Oh Gott, Akte X, hey, das war auch eine geile Serie. Spice ist eine Droge in Star Wars. Ja, klar. Ja, klar. Oh, ich bin mal gerade so naiv und habe wirklich gedacht, das wäre so Pfeffer. Ah, nein. Okay, kannst du mal sehen. Also die, 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 die... Ich habe keinen Pfeffer gegessen, deswegen bin ich auch nicht neben der Spur. Ah, krass, okay. Und, 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 wie heißen Sie, irgendwas mit Horizon handeln nicht mit Pfeffer. Ah, Horizon Dawn, wie heißen Sie? Irgendwas mit Dawn, mit Horizon Dawn. Äh, äh, wie hieß denn das? Irgendwas mit Dawn heißt es genau. Wo bist du denn da? In welchem Universum und wo? Das ist ein Verbrechersyndikat, das übernommen wird von Darth Maul und seinem Bruder. Ende Solo. War doch Ende Solo, oder nicht? Ja. Das hat die ganze Zeit mit dem zu tun. Da sieht man es, definitiv. Ja. Ah, scheiße. Wie hießen die noch? Aber irgendwas wird da um. Ja. Ist egal. So, also. Freunde nochmal, wir grüßen alle, die jetzt noch in den Chat gekommen sind. Ähm, und, äh, wir bedanken uns bei allen Leuten, die so echt lange durchgehalten sind, uns irgendwie hier beim Labern gesehen haben und zugehört haben und hoffentlich auch Spaß gehabt haben und mitdiskutiert haben. Ähm, ja. Mensch, Dankeschön. Das war richtig schön. Ich hatte wieder, also mich belebt es sogar, äh, hier mir die Folgen extra genau anzugucken und, äh, da ein bisschen noch zu recherchieren. Ich finde es großartig. Wir haben jetzt noch zwei Folgen vor uns für die zweite Staffel. Ich denke, das machen wir weiter, oder? Ich hätte super Bock drauf. Ja, alles klar. Aber vielleicht nächstes Mal diese Zeit wieder direkt, damit wir uns gehen. Ja, wir können uns auch eine andere Zeit, ähm, wir werden das erfahren. Ja, wir sagen Bescheid, als würde ich so lange noch vorplanen. Ich weiß doch nicht mehr, was morgen ist. Und jetzt, ähm, den, im Zweifelsfall, den Namen der Katze, den kann ich euch eigentlich nur in der nächsten Folge verraten. Uuuuh, die Finger! Okay, alles klar. Aber eins kurz können wir noch eine Umfrage machen. Also hier, mach mal eins im Chat, wenn ihr beim nächsten Mal, bei der nächsten Nerd-Talk-Folge dabei seid. Ja, reicht mir, alles klar. Ja, super. Großartig. Ja. Schön. So, dann. Das heißt Crimson Dawn? Crimson Dawn, ja, genau. Crimson Dawn. Alter. Da gab es eine Comicserie auch dazu. Echt? Ja. Es gab eine Crimson Dawn-Serie bei Dark Horse. Und zwar, da ging es um diese, ähm, äh, diese super Samurai-Typen bei, äh, die, die Garde von, äh, äh, vom, äh, oder die Halpertein? Wir kriegen das hin. Alles klar. Alles klar. Schön. So, dann. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ja. Ihr auch, also ihr beiden und ihr im Chat, ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, ciao. Macht's besser, tschüss.